Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoshow im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Loma. Weihnacht ob kölsche Art. Am 4. Dezember war es wieder soweit. Bereits zum dritten Mal lud das Autohaus Langer zu dem weihnachtlichen Spektakel ein. Ein bunter Mix aus Unterhaltung, Weihnachtsessen sowie eine Cocktailbar sorgte für gute Stimmung unter den Gästen. Neben dem Rösrater Dreigestirn und dem Lomarer Prinzenpaar gestaltete Diakon und Büttenclown Willibert Pauls und Fründe den besinnlich heiteren Abend. Ich glaube, du kannst nur als Rheinländer auf folgende Idee kommen. Der Jürgen hat mir Folgendes gesagt. Da muss ich jetzt mal drauf gucken. Da sagt er, hör mal, ich habe mir überlegt, es wäre eigentlich besser gewesen, Adam und Eva wären Chinesen gewesen. Ich sage, jetzt muss ich mal. Nein, ich sage, wenn das Chinesen gewesen wären, dann wäre das mit dem Sündenfall nicht passiert. Ich sage, warum? Ich sage, Chinesen hätten den Apfel hängen gelassen und die Stange gegessen. Diesmal gingen sämtliche Erlöse der Veranstaltung an die Kooperationsgemeinschaft Hilfen zur Erziehung in Rösrater. Im Januar 2009 konnte die stolze Spende in Höhe von 3700 Euro aus der Veranstaltung 2008 an das Kinderheim Pauline von Mallinkrott übergeben werden.